Es war eine extrem starke Leistung von uns am Wochenende, vor allem nach vorne. Jeder hat sich bewegt, jeder wollte den Ball haben und es hat einfach auch richtig Spaß gemacht zu spielen und ja, es ist einfach gut gelaufen und ich hoffe auch in Zukunft, dass es jetzt nicht mehr darauf ankommt, ob wir zuhause oder auch auswärts spielen, dass wir da immer unsere Leistungen abrufen können und uns da einfach auch konstanter werden mit unseren Leistungen. Die Mannschaft hat defensiv total gut gearbeitet. In meinen Augen hatte Freiburg nur eine klare Torchance und ansonsten, ja, denke ich, haben wir das Spiel dominiert, uns viele Torchancen rausgespielt und auch verdient gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.